Das finde ich im Prinzip ja gar nicht so schlecht. Wer auch immer du sein magst. Wenn ich dich treffe... Na los, komm schon. Bist nicht für uns sonst allmächtig. Es hilft dir nicht, wenn du auf uns einschlägst. Ich liebe mein Auto. Eisentanto. Naja, nehm einfach mal mit. Liegt nichts, kostet nichts. Ein Steinhauf. Und weiter geht's. Uh, Aschensklave. Ne, noch mehr. Ups, hier noch schnell. Ich glaube, ich sehe diese komischen Facetten. Die solchen leer machen. Ah, ne, aber noch nicht runter. Denn runter ist da, wo wir hin müssen. Das ist da, wo wir eingekommen sind. Und hier war noch eine Treppe hoch, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, hier. Ach, Erdgeschoss. Erledigt. Es folgt. Halle des Wasser am Gefühls. Gibt mir recht satt. Gibt mir recht satt. Wow. Ah, der uns nichts anräumen kann. Ach, sind wir gut. Ach doch, er kann uns was anräumen. Dann nicht. Noch einer. Oh, toll. Ihr seid so unkreativ. Tut mal ein bisschen was vor ihr Leben. Was ist das überhaupt für alle? Ist das ein Wesen mit so einem Schnorchel dran? Oder ist das ein Typ, der eine Maske trägt, oder? Ich weiß ernsthaft nicht, was ich für Leben halten soll. Nein. Ebenerzsperre. Her damit. Jammi, jammi. Viel wert. Wir brauchen noch nicht fertig auf dieser... Was ist das? Die Tür? Ich glaube, Ebenerzsperre. Können die kaputt gehen? Ja, die können. Irgendwas war da mit denen. Oder Ebenerzwachen allgemein. Sie hatten irgendeine ganz crazy Ability. So. Das weiß ich nicht mal. Blah. Ne, da sind wir hergekommen, oder? Ja, da sind wir hergekommen. Wir sind doch auf da oben. Auf, auf, auf. Da vorne. Wusch. Ich bin Muskelbiber. Die Biber, Bruder, war was tolles. So wunderschön sinnlos. Sag mal, wie weit geh ich denn hier noch? Was? Ich bin nicht dran vorbeigelaufen. Ne. Ich glaube, ich bin genauso unfähig. Ich glaube, hier geht's wieder nach. Draußen, oder? Ja. Das war der Eingang, den wir vorhin hatten. Wo ist ein komischer Typ rumsteckt. Wenn wir uns gerne haben wollten. Oberstes Geschoss erledigt. Dann fehlt jetzt der Keller. Wir sprechen mal dazu. Die Treppe war links. Holle. Ein Stück dazu. Eben rechts. Ja, ich irre mich. nicht. Sowieso. Nein. Nein. Äh. Maki's Halle. Auf zur Vernichtung. Sie klauen unsere Jove. Ah, cool. Die Klauen unsere Jove. Schön dich zu sehen. Auf Wiedersehen. Ich weiß, was diese TTI hier sind. Habt die sich damit beleben, oder? Oh, ein Stab, ein Schwert oder irgendwas. Ich will H-Aben. So, ich spiel doch voll. Hab ich da gerade Schritte gehört? Fliegen. Ja, und was verfault? Ich kann nur noch nicht genau sagen, was. Und hier geht's noch tiefer nach unten. Cool. Dann bin ich dafür, dass wir erst mal die andere Tür öffnen. Wow, Flammen hat dronach. Tür zu. Der tut mir immer noch scheiße weh. Okay. Ich seh dich. Ob ich durch die Tür durch verprügeln kann? Nein. Ja. Oh. Knapp. Knapp, 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 knapp. Aber gut gelöst. Ich glaube, hier müssen wir sogar hin. So, noch tiefer da. Ist doch zuerst hier, oder? Und die fliegen. Das speichern wir nochmal. Das ist gut, viel zu speichern. Zwei Türen. Schluss 20. Schluss 20. Haben wir einen Dietrich oder sowas dabei? Nein. Haben wir irgendwas öffnen-mäßiges dabei? Nein. Haben wir irgendwas anderes, was irgendwas öffnen kann? Nein. Ach, wie kackt ist das denn? Das muss ich dann wohl oder übel. Meine Turmschlüsse-Fähigkeit aktivieren. Oho, eine Leiche. Also, langsam geben wir diese Geräusche. Echt auf, die. So ist besser. Boah. Ne, der Rest kann er behalten, bei seiner Tothheit. Super. Auf, auf. Rasten. Du knichterst, wenn sie sich fein in der Nähe befinden. Ne. So, welche Tür zuerst? Ich glaube, die... Noch eine Leiche. Wie gemütlich dieser Ort doch sein muss. Na, Kohle. Eine Aschen-Statue. Und ein Dietrich. Und eine Sonder. Genau das, was wir brauchen. Und nebenher ist kurz wert. Welch ist unsere Kapazität. Ja. Überschreitet. Wollte ich schon was sagen, aber... Gott sei Dank. Danke. Hier. Und... Amen.